Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren. In der folgenden Präsentation geht es um die Düngebedarfsermittlung für Ackerkulturen. Dabei stellt sich erst einmal die Frage, wann muss eine Düngebedarfsermittlung erstellt werden? Wenn auf einem Schlag im Jahr wesentliche Nährstoffmengen von mehr als 50 Kilogramm Stickstoff oder 30 Kilogramm Phosphat eingesetzt werden sollen, muss vor der ersten Düngung eine Düngebedarfsermittlung erstellt werden. Diese kann sowohl handschriftlich als auch am PC zum Beispiel mit Programmen der Landwirtschaftskammer berechnet werden. Ab 01.01.2021 wird es hierzu ein Online-Düngeportal der Landwirtschaftskammer geben. Dazu mehr im separaten Video zum Thema Düngeportal. Beginnen wir nun mit der Berechnung des Stickstoffbedarfs. Zu benötigten Daten zählen, der betriebliche Durchschnittsertrag der jeweiligen Kultur der letzten 5 Jahre statt wie bisher 3 Jahre, der N-Min-Gehalt des Bodens, dieser kann durch eigene Analysen herangezogen werden oder Sie verwenden die jährlich von uns veröffentlichten Richtwerte. Dann der Humusgehalt im Boden, die Stickstoffnachlieferung aus organischem Dünger, falls dieser zur Vorkultur und oder zur Zwischenfrucht eingesetzt wurde und zuletzt die N-Nachlieferung aus Vor- und Zwischenfrucht. Kommen wir zu einem Beispiel mithilfe unserer Excel-Anwendung. Hier sind am 25. September 2020 2,5 Hektar Wintergerste ausgesät worden. Der betriebliche Durchschnittsertrag der Wintergerste lag in den letzten 5 Jahren bei 90 Dezitonnen je Hektar. Damit liegt der Ertrag 20 Dezitonnen über dem Ertrag laut Düngeverordnung. Somit können 20 kg Stickstoff auf den N-Bedarfswert von 180 kg aufgeschlagen werden. Ein eigener N-Min-Wert liegt nicht vor, deshalb wird hier der vorläufige Richtwert, in dem Fall 22 kg Stickstoff für mittleren Boden nach Halmfrucht vom Bedarfswert abgezogen. Der Humusgehalt liegt bei 2% und damit unter 4%. Hier ist also kein Abschlag zu machen. Dann muss eine N-Nachlieferung von 12 kg in Abzug gebracht werden, da im Frühjahr 2020 zu Winterweizen 120 kg Gesamt Stickstoff über Schweinegülle gedüngt wurden. Für die Vorfrucht Winterweizen muss keine N-Nachlieferung berücksichtigt werden. Eine Zwischenfrucht wurde nicht angebaut. Nun ergibt sich ein Düngebedarf von 166 kg Stickstoff 4 Hektar. Für die Phosphatbedarfsermittlung benötigen Sie die betrieblichen Ertragserwartungen der jeweiligen Kultur, den P2O5-Gehalt im Boden laut Ihrer Bodenuntersuchung, die Bodenart und Sie müssen den Verbleib der Erntereste planen. Hierzu ebenfalls eine Berechnung mit der Excel-Anwendung bezogen auf das Beispiel von vorhin. Der zu erwartene Durchschnittsertrag liegt ebenfalls bei 90 dC Tonnen die Hektar. Laut Bodenuntersuchung liegt der P2O5-Gehalt in der Klasse D. Die Bodenart ist sandiger Lehm und bezüglich Erntereste soll nach der Ernte 21 das Stroh abgefahren werden. Nach Berücksichtigung dieser Daten ergibt sich ein Entzug von 91 kg P2O5. Die Empfehlung liegt jedoch bei 45 kg, da der Boden in dem Fall überversorgt ist. Dennoch darf maximal bis zum Entzug gedüngt werden. Eine Düngung darüber hinaus darf nur gemacht werden, wenn über die Fruchtfolge ein entsprechender Bedarf besteht. Hierzu können Sie die geplante Fruchtfolge ergänzen und nach gleichem Prinzip die jeweiligen Entzüge berechnen. Einige der hier dargestellten Berechnungsschritte erledigt demnächst das neue Onlineportal automatisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.